Hallo Sammelfreunde, ich begrüße euch zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute die Megatin aus der Premier League Adrenaline XL 2024 Kollektion von Panini anschauen wollen. In diesen Tins, und das sehen wir auch schon vorne drauf, befinden sich 10 Päckchen und dazu gibt es eine Limited Edition Card und besonders entscheidend eine Golden Border Karte und eine Online Karte für alle, die digital mit den Karten spielen, ist auch dabei. Am entscheidendsten sicherlich aber die Golden Border Karte, die man ja normalerweise nur einmal pro Display Box findet, hier hat man sie direkt in einer Megatin dabei, die mit 11.99€ bzw. 12.99€ natürlich auch ein ganzes Stück günstiger ist als so eine Display Box, wer also schon relativ weit mit seiner Kollektion ist und vermehrt noch diese Golden Border Karte braucht, der es mit diesen Megatins sicherlich am besten bedient. Dass ich diese Erkenntnis nicht allein habe, zeigt die Tatsache, dass sie beispielsweise bei Amazon UK seit Wochen schon vergriffen sind. Ich hatte meine kurz nach Erscheinen der Kollektion Mitte August bestellt, habe jetzt fast genau einen Monat drauf gewartet. Daran sieht man schon, wie begehrt diese Megatins sind. Die gibt es, wie ihr hinten auf der Rückseite sehen könnt, in vier verschiedenen Farben. Ansonsten unterscheiden sie sich erfreulicherweise nicht, denn es gibt keine fest zugeordneten Cards auf diese Megatins, sodass man nicht, wie beispielsweise bei der Konkurrenz, alle vier Megatins kaufen muss, um seine Kollektion vervollständigen zu können. Das sind also alle Seiten dieser Megatin. Jetzt wollen wir mal ins Innere schauen. Hier oben ist auch so eine präforierte Lasche, an der wir das Ganze aufziehen können. So, und dann holen wir unsere Megatin, die wir in der Farbe Blau bekommen haben, mal aus dieser Kartonverpackung raus. Kurzer Blick noch auf diese Tin selbst. So sieht sie von der Unterseite aus. Und dann haben wir, glaube ich, alles gesehen, was das von außen zu decken gibt, sodass wir jetzt mal ins Innere schauen können. Und da finden wir ein Limited Edition Card Päckchen, ein Golden Border Päckchen. Unser Online Coin Card, da der Code jetzt schon sichtbar war, könnt ihr den direkt einlösen, wenn ihr möchtet. 650 Coins bekommt ihr dafür. Und dann haben wir noch unsere 10 Päckchen, wie man sie auch in den Displayboxen findet. Ihr habt es vielleicht gesehen, Panini hat das Format der Tins verendet, nicht mehr ganz so hoch wie früher. Sondern angepasst auf den Inhalt. Man verkauft also nicht mehr so viel Luft wie früher. Das, wie ich finde, auch eine erfreuliche Entwicklung. So, dann wollen wir mal in unsere 10 Päckchen reinschauen. Und gucken, ob wir da noch was Schönes ziehen. Wir beginnen mit Solly March für Brighton. Dann haben wir Amari Bell von Lutentown. Kranos Vinicius von Fulham. Dann gibt es ein bisschen was zu drehen. Nämlich unsere Special Karten, so wie es aussieht. Die Ultrasonic Karte mit Leon Bailey von Aston Villa. Dann haben wir eine Playmaker Karte mit Buendia, ebenfalls Aston Villa. Und eine Powerhouse Karte mit Philippe von Nottingham Forest. So, ihr kennt das. Auch hier sind Codes für die App drin. Bedient euch da gerne. Soweit ich weiß, die Codes sind einmal einlösbar. Da gilt es dann also möglichst schnell zu sein. So, Päckchen Nummer 2 mit Thiago Silva. Dann Declan Weiss. Moorick von Burnley. Kai Walker von Manchester City. Und in dem Fall haben wir zwei Special Kartenpäckchen. Das Wappen von Brentford. Und die Premier League Trophy auf diesem wunderbar gestalteten Hintergrund, der farbig von Grün ins Türkis übergeht. So, das Päckchen zerlegt sich schon ein bisschen selbst. Jetzt haben wir die Karten aber draußen. Und wir beginnen mit Ryan Christie von Bournemouth. Dann haben wir Adebayo von Lutentown. Yijan Wang von Wolverhampton. Den Burn für Newcastle. Und auch hier zwei Special Kartenpäckchen. Die World Class Karte von Gudmundsson von Burnley. Und Christian Eriksen als Precision Special Karte von Manchester United. Dann haben wir Uratara von Bournemouth. Aaron Wan-Bissaka Manchester United. Jose Saar Wolverhampton. Aspidi Kueta für Chelsea. Und als Special Karten wieder eine Playmaker Karte. Diesmal ist es Pascal Groß von Brighton. Und die Topkeeper Karte mit Emiliano Martinez von Aston Villa. So, einmal umdrehen, damit ihr euch den Code auch besser notieren könnt. Beziehungsweise reicht es ja, dieses kleine Feld unten zu scannen. In diesem QR-Code ist ja, glaube ich, der Code für die App enthalten. So, nächstes Päckchen mit Ursula von Sheffield. Dann haben wir Michael Keane von Everton. Thomas Partey, Arsenal. Amit Hozic von Sheffield. Die Playmaker Karte von Pascal Groß. Das nenne ich mal Abwechslung. Und die Feierkarte von Alain Saint-Maximin von Newcastle United. Dass der da inzwischen nicht mehr spielt, sondern in die Wüste abgewandert ist, habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Aber die Kollektion natürlich auf dem Stand. Bevor das mit der Transfers in diesem Sommer so richtig losging, das ist dann immer so der Nachteil eines solchen frühen Erscheinungstermins. Dafür kann man schon ab Beginn der Saison sammeln. Die einen mögen das so lieber, die anderen hätten gern lieber eine aktuelle Kollektion. Allen wird man es da nicht recht machen können. So, dann haben wir Teil Malassia von Manchester United, Neil Mopey Everton, James Garner ebenfalls Everton, Mo Salah von Liverpool, das Line-Up von Brighton. Und das bedeutet, wir haben hier noch eine Special-Karte-Päckchen. Das ist dafür aber direkt eine Eiskarte mit Thiago Silva von Chasey. Im nächsten Päckchen finden wir Nico Williams von Nottingham Forest, Esri Conza von Aston Villa, Scarpa von Nottingham Forest, Alison von Liverpool. Und hier haben wir wieder zwei Special-Karten im Päckchen, das Wappen von Tottenham und die Future-Star-Karte von Julio Enciso von Brighton. Nächstes Päckchen mit Bobby de Cordova-Reed von Fulham, Joel Feldmann, Christopher Ayer, Chuck Fumica von Chelsea. Dann haben wir Harry Wilson als Adrenalin-Wash-Karte auf diesem tollen Hintergrund, den auch die Trophy-Karte hat. Und wir haben noch eine Dynamo-Karte im Päckchen und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das hier alles noch ein kleines Stückchen zusammenrücken können. Denn dann bekommen wir die zwei Karten vielleicht auch noch mit ins Bild. Und auf dieser Dynamo-Karte sind wir schon auch Palinja, der kurz vor einem Wechsel zu den Bayern stand, dann aber jetzt inzwischen seinen Vertrag in Fulham verlängert hat. Dann geht es weiter mit Boubacar Kamara, Tariq Lamptey, Eric Dyer und einem kleinen Schneiderest. Ewan Ferguson von Brighton haben wir noch ein Päckchen und als Special-Karten das Wappen von Bournemouth. Und die Game-Changer-Karte von Brennan Johnson von Nottingham Forest. So, den müssen wir jetzt mal oben drüber legen. Denn, wie ihr seht, geht uns so langsam der Platz aus. Aber wir haben ja auch nur noch ein normales Päckchen, bevor es dann zu unseren zwei Special-Päckchen geht. Und in unserem letzten normalen Päckchen finden wir rein Cessinho, Chris Richards, das Line-Up von Wolverhampton, Mason Holgate von Everton und als Special-Karten haben wir die Hot-Shot-Karte von Mo Salah von Liverpool. Und die Power-House-Karte von Max Kilman von Wolverhampton. So, das ist also unser normales Päckchen und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, wen haben wir in unserem Golden Baller-Päckchen drin? Ich hoffe natürlich, dass es jemand ist, den ich noch nicht gezogen habe bisher. Und es ist Cody Rackpo von Liverpool. Und der scheint hier leider schon einen richtig tiefen Kratzer drin zu haben. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Abgesehen davon, die Golden Baller in diesem Jahr. Richtig beeindruckende Karten, von denen man eigentlich gar nicht genug haben kann. So, ein letztes Päckchen haben wir noch mit unserer Limited Edition Card. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, denn rein theoretisch könnte da, wie wir es hier hinten drauf sehen, auch ein echtes Autogramm drin sein. Möglichkeit wäre natürlich auch noch die Zwischenvariante zu ziehen, mit aufgedruckter Unterschrift, also die sogenannten Signature Limited Editions. Und wir schauen mal, ob wir eine der speziellen Varianten haben oder eine normale Limited Edition. Sie kommt zumindest von Brentford, Mittelfeldspieler. Und das ist Matthias Jensen als normale Limited Edition Card. Ja, und damit haben wir alles aus dieser Megatin gesehen, die für diesen Preis ein richtig interessantes Produkt in diesem Jahr ist. Denn man hat natürlich, wie gesehen, pro Megatin eine Golden Baller und eine Limited Edition Card garantiert. Bisschen ärgerlich in unserem Fall, dass ausgerechnet in der Golden Baller Karte so ein dicker Kratzer drin ist. Kann sicherlich alles mal passieren, sollte in der Form aber normalerweise nicht mehr in dem Päckchen landen. Euren Eindruck von dieser Megatin jetzt gerne noch unten ins Kommentarfeld. Freue mich da wie immer über euer Feedback und natürlich auch über ein Däumchen nach oben für dieses Video. Zwei Produkte aus dieser Kollektion haben wir jetzt noch nicht gesehen. Die Minitin und den Countdown Kalender. Allerdings hänge ich da, was die Lieferzeiten betrifft, noch ein bisschen in der Luft, sodass ich euch noch nicht sagen kann, wann die entsprechenden Videos dazu kommen. Mit einem der kostenlosen Kanalabos könnt ihr euch aber ja über jedes neue Video auf diesem Kanal benachrichtigen lassen und dann verpasst ihr die auf keinen Fall. Diese aktuellen Lieferzeiten machen es natürlich auch ein bisschen schwierig, eine Empfehlung für die Bestellung bei Amazon in Großbritannien an euch weiterzugeben. Denn so schön und unkompliziert das Ganze funktioniert, bringt es natürlich nichts, wenn die permanent keine Ware vorrätig haben. Nachgucken könnt ihr aber natürlich trotzdem immer mal wieder, wenn ihr an dem Produkt interessiert seid, den direkten Link zu den Megatins findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, das soll es dann aber auch gewesen sein zu dieser Megatin. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.